und ich höre schon so ein bisschen muss eine Höhle oder sie über mir du weißt es nicht manches ganzes Inventarsfall das kann man rausschmeißen in die Rose ja ich glaub mal das reicht schon so er kann weg gerade machen gerade okuja die Tür aufgelassen warum lasse ich immer meine Tür offen was ist denn das, warum kann ich jetzt nicht rein machen das kann man rausschmeißen das kann man rausschmeißen schieb mich noch weiter wieder brauche ich auch ne steck kurz raus das rein ne 3 Glas ne da Sandstein Sandstein so Glastach ist drauf so jetzt muss ich kurz gucken wie war denn das Minecraft ne ich find meine Seite nicht mehr crafting ich weiß nicht wie die Truhe ging ich glaub ich 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 bei mir leckt gerade wieder alles entschuldigung die vier Eisen sind fertig warum leckt denn das manchmal so das ist extrem ich ich weiß mal wie die Truhe geht ich glaub ich ich warte kurz bis bis das Dach wird denn dann ja ja Truhe Holz schreit ob es reicht joh gerade so zweit hohen ja verdammt wirklich mal ein ganzes mehr reinschmeißen Sandstein Kabelstone ein bisschen ein bisschen ordnen so Federn brauchen wir auch nicht die Wolle die Eisen kurz sammeln Sampling kann das aber auch eine Truhe eine scheiß Flower kann auch da mal rein Seile brauchen wir auch noch nicht Stein Spitzhacke vielleicht noch zweimal kann ich auf die Fallen ein bisschen nach Fleisch wo es vielleicht warum kann ich mal rein tun hier wird neulich schweine hier Teil Nacht nach draußen hier ein bisschen glätt hier vor dammd was zu machen zu viel deswegen nicht auch nicht weg was gibt es da nicht ist da alles müsste man sich ja gleich ab da das dach machen naja wird schon gehen kein holz mehr nichts mehr da außer steine wie mache ich den fußbund eigentlich am besten mit wolle muss ich mir das weise wollen ich könnte aber ich hier das wegnehmen das hier auch noch wegnehmen die scheißviecher nerven mich hier die gerne in den scheißlöchern springen wahrscheinlich jetzt kommt die kuh jetzt hier rein stirb keine pfarm hier ist ja nicht mehr normal da nochmal naja weiße wolle da bleibt es draußen ah ne kuh ist jetzt auch schon oben drin super Pfeile okay naja wir müssen jetzt tach so dann gehen wir mal wieder raus und boah bisschen holz hacken knochen war nicht schlecht ich ahne es schon pssst ach bumm ich ahne es mal gehört war kein creeper so mal was neues und der nächste war ist nächster ast jetzt brauchen wir noch menschen war gleich mal nachgucken ob die händelweine stehen zu die die letzte mal gepflanzt hatte eigentlich muss man aber nicht ich glaube der fußbund mache ich somit und verarbeitet mal es wäre vielleicht besser sieht man anders aus man das gleiche holz für heute habe ich noch keinen farbstoff und doch schon joh warum ist schon wo schon mal direkt los und zwei bürger zu machen schon drei bäume das ist so groß warum ist halt ein bäum so das war schon immer wieder raus ich bin mal ein bisschen unheimlich aus jetzt auch so tief rein aber hat sich keine keine monster drin ich will auch nicht rein das ist mir sonst zu gefährlich oh lag 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 n 40 ich mach meinen ganzen Mond erstmal weg ich fang den steinenspitze auch erstmal benutzen jetzt hab ich naja sinn dass wir im inventar rumliegen umsonst stein verschwendet gibt ja kaum stellen noch heute heutzutage so dennoch dennoch die beiden noch das das endlich hatte ich jetzt das wird reich kann aber auch nehmen lassen wir mal wieso das gibt es doch nicht es ist was ist denn das schöne hier kommt ein creeper hin glück gehabt ob ich jetzt kein weiterer da zu hause es gibt es in den holz reicht nicht ich habe keinen bock jetzt mal raus zu gehen ich ahne es dass ich kein zombie ist das ist eine gute stelle naja egal eine facke kann man mehr anbringen bisschen heller da geht es hoch da wollen wir auch nicht ach hier ist frei mal zu machen natürlich auch unterfallen naja und da kommt er vielleicht so ist auch zu keine creeper reinkommen erstmal zumachen wasser stelle ich habe leider kein eimer alles voller blätter da auch schön na komm her komm her warum war hoch so viel ist es auch nicht egal das ist erstmal weg denn es ist unser scheiß dingens hier da ist das wenn jetzt unterfallen ist vorbei weil ich keine axt habe na perhand geht es auch natürlich nichts nichts gegeben normalerweise muss ich doch was geben jetzt was aufgesammelt zurück hier runter denn die sticks die ich nicht habe doch da und na mal gleich eisen axt so nee so nochmal wieder hinstellen so wieder raus da komm ich nicht wieder raus also doch unten rum lang natürlich immer schön zu machen es kommt wieder so eine scheiß missgeburt wieder rein jetzt komme ich hier wieder nicht hoch weil ich das Loch nicht fallen würde was ich hier zu machen werde so hoch 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 da ist wohl noch irgendwie was hier nicht wartet ist ich habe keinen Punkt drauf jetzt das Wetter abzumachen mal weiter im Wald rein oh da ist Kohle da ist Kohle 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 ich sehe mir kommt gleich ein Creeper von hinten und und mich ich ahne es hoch ja das reicht so ich ruhe nach Köln und Leute bevor ich jetzt hier weitermache mache ich erstmal kurz Pause ausruhen ja wir sehen uns bei deinem nächsten beim nächsten Part Tschüss will ich jetzt alles